Sie hören, eine Information des Podcast-Imperiums. Live aus den Nerd-Studios in Düsseldorf. Wer bin ich und wenn ja wie viele? Hier kommt Nerdizismus, die Podcast-Show von Nerds für Nerds. Heute mit WestNerds, dem Westworld-Podcast. Und hier sind eure Hosts. Hier sind Chris und Michael. Herzlich willkommen zu WestNerds, dem Westworld-Podcast hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris und um den abgedroschenen Gag von der letzten Folge nochmal zu gebrauchen, euer anderer Host, Michael. Hallo. Hallo. Ja, alle paar Wochen reden wir über X-Folgen Westworld. Aber wir haben es fast geschafft, unseren Rhythmus einzuhalten, den wir der ersten Folge angekündigt haben. Die siebte Folge ist schon draußen, also wir wollen das ja aufnehmen. Wir haben sie aber nicht gesehen. Wir haben uns sie extra aufgespart. Das heißt, wir werden... Ich konnte mich zurückhalten, krass. Du hast ja auch Better Call Saul gucken können, oder? Stattdessen. Mir fehlen immer noch die letzten paar Minuten, weil ehrlich gesagt, ich hätte in den letzten zwei Tagen auch gar keine Zeit gehabt. Also, die ersten drei Folgen von Westworld Staffel 4 haben wir schon besprochen und jetzt sind wir in den Folgen 4, 5 und 6 der vierten Staffel, die wir natürlich wieder ausgiebig auseinandernehmen wollen, sezieren wollen und unsere Theorien spinnen wollen. Und was soll ich sagen? Es ist nicht weniger geworden seit dem letzten Mal. Meine Güte, Westworld dreht richtig auf in dieser Staffel. Also, nach dem, was uns in Staffel 3 geliefert wurde, wow, hätte ich nicht gedacht, dass die so gut wieder zurückkommen. Was wirklich sehr schade ist, weil ich glaube, sie haben in Staffel 3 einfach viele Leute verloren. Ja, das kann gut sein. Und dann haben wir immer noch das Grundproblem, dass es halt auf Sky läuft, was jetzt halt auch nicht so die Mega-Verbreitung hat, ja. Na gut, es ficht uns nicht an, wegen der Quote machen wir das hier schon lange nicht mehr. Also, von daher, Michael, falls aber doch jemand dann nochmal wegen einer anderen Show einschalten möchte, die vielleicht ein bisschen populärer ist, was könnte er denn da so von uns alles hören? Wir geben euch die perfekte Abkühlung auf Nerdizismus.de, denn da haben wir ganz schön coole Sachen unterwegs. Haha, ist nicht gut. Egal. Nerdizismus.de findet ihr alle unsere bisherigen Folgen, alle unsere Serien, alle unsere Artikel und alle unsere Videos, die wir je gemacht haben zu Star Trek, Star Wars und so weiter und so fort. Ich kann es gar nicht alles aufzählen. Den Cosplay haben wir auch dabei und es ist einfach zu warm heute, sodass ich damit abschließe. Wenn ihr uns Feedback geben möchtet, gebt das gerne an die Info at Nerdizismus.de. Ganz modern die WhatsApp 01525 964 7709 oder diskutiert mit uns auf Discord unter Nerdizismus.de slash Discord. Und natürlich freuen wir uns immer über Bewertungen auf Podcast Addict, auf iTunes oder auf Spotify und auf Podcast Addict hat uns auch Jesus höchstpersönlich bewertet und hat gesagt, sehr guter Nerd Podcast. Vielen Dank Jesus, vielen Dank. Schön. Ja, immer perfekt aus der Ecke was zukommen. Jetzt brauchen wir im Prinzip, du bist ja bestimmt Kathole, ne? Wen brauchen wir jetzt noch den? Nicht mehr. Ja, aber wen brauchen wir jetzt noch den Heiligen Geist und werden wir uns sonst noch antworten, damit wir die Dreifaltigkeit komplett haben? Ja, wenigstens noch Buddha. Ach, nee, es war völlig falsch und man merkt, dass du absolut keine Ahnung hast. Dabei ist es doch eigentlich so eine religiöse Sendung, über die wir hier sprechen und es wird auch in diesen drei Folgen durchaus wieder sehr spirituell auf einer gewissen Ebene. Ja, das ist echt, wer ist falsch, wer lebt, wer ist tot, lohnt es sich überhaupt zu leben, lohnt es sich vielleicht doch lieber zu sterben, ne? Also es werden ja eine ganze Menge Fragen aufgemacht und etwas, das wird dem Schorsch ja ganz besonders gefallen, dem Lukas Schorsch, es reimt sich aber und wie. Also es ist ja geradezu ein Reim auf die erste Staffel. Ja, definitiv und wir müssen uns jetzt definitiv auch selber auf die Schulter klopfen, denn das, was wir letztes Mal so alles spekuliert haben, ist, ich glaube, zu 99 Prozent eingetroffen, oder? Ja, wir lagen selten so richtig, wir lagen wirklich selten so richtig, jetzt könnte man natürlich sagen, die Staffel macht es einem so einfach, okay, aber wir haben noch sicherlich ein paar Dinge, über die wir noch sprechen können und ich glaube auch, wir sind halt dann doch Westworld-Profis. Ja, so langsam schon, nach vier Jahren, nee, eigentlich ist es ja noch viel länger her, wann war die erste Staffel raus, war es nicht irgendwie 2.17 oder sowas? Jetzt müsste ich gerade mal in unserem Archiv gucken, weil wir haben... 2.18 war das. Richtig, ganz genau. Nee, 2.18 war die zweite, 2.16 war sogar die erste. Wow, 2.16 haben wir die erste Staffel besprochen, geh fort. Ja. Wow, so lange, so lange gibt es uns schon, Mann, 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 hey. Nee, also hört da mal rein, ja, geht mal zurück, ich gucke gerade, wann die erste Folge war, am 6. Mai 2018 haben wir die zweite Staffel besprochen, genau, wir sind in der zweiten Staffel eingestiegen, richtig. Ja, am 6. Mai 2018 haben wir damit angefangen, lang, lang ist es her. Ja, jetzt biegen wir zumindest, was diese Staffel geht, so auf die Zielgerade ein und haben jetzt, glaube ich, drei Zeitlinien, haben sich so herauskristallisiert, wobei eine eigentlich schon wieder so ein bisschen hinten runtergefallen ist. Wir haben also, ich sag mal, die Vergangenheit, die hat dann so Maeve und Caleb gezeigt, wie sie so unterwegs waren und die hat die Hosts auf dem Weg zur Weltherrschaft gezeigt. So, dann haben wir die Zukunft, das ist Bernard Stubbs, wir wissen jetzt Frankie, der Widerstand und, ja, vielleicht Christina und dann haben wir so eine Gegenwart und das ist vielleicht Christina und Holoris oder gibt es gar keine Gegenwart, die Vergangenheit haben wir irgendwie, ah. Nee, wir haben, wir haben ja sogar noch mehr, also wir hatten die Vergangenheit, dann haben wir die Gegenwart, in der Caleb, ja, quasi in der er seinen eigenen Fidelity-Test bekommt, der Host von Caleb wacht auf, was ja auch dann ein krasser Reveal ist. Dann haben wir die Zukunft, in der Bernard unterwegs ist, wir wissen ja noch nicht, ob das so einigermaßen passt, mit dem, mit der Zeit, in der Caleb geprobt wird, weil wir haben keine Ahnung, wie viele Jahre bisher da vergangen sind, meine ich. Und dann haben wir noch Christina, was durchaus, meiner Meinung nach, viel weiter in der Zukunft sein kann. Okay, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen. Wir, denke ich mal, sollten einfach bei der Variante bleiben, die sich auch beim letzten Mal bewährt hat, dass wir, also die Story jetzt nur so am Rande durchgehen, sondern uns viel mehr ein bisschen an den Charakteren aufhängen. Ja, ja. Da würde ich doch sagen, steigen wir mal mit Caleb ein, du hast ihn gerade erwähnt. Wir haben ihn verlassen mit dem Reveal, der ist ein Host. Naja, mehr oder nie, in der dritten Folge, in der dritten hat er doch erst die Fliege reinbekommen. Ach, richtig, in der dritten hat er erst die Fliege reingekommen. Wir haben den Cliffhanger, dass er die Fliege dran bekommt, dann passiert das und zumindest schafft er es, dieser Kontrolle etwas zu entgehen. Also wir wissen, dass er in Staffel 3 einer dieser Outliers war, einer dieser besonderen Menschen, die das System, naja, die nicht in die Vorhersehbarkeit des Systems reingepasst haben. Das wiederholt sich hier wieder, indem er scheinbar auch nicht so einfach durch die Fliegen kontrolliert werden kann. Und dementsprechend hat er so einen kleinen Showdown, es gibt einen Showdown zwischen Caleb, Maeve und Charlotte Hale, der dann dazu führt, dass wir am Ende dieser Folge, also er wird erstmal erschossen. Ja, genau, richtig, er ist nämlich, am Anfang, wir haben ja diesen Rückblick gesehen, wo wir schon dachten, dass er beim Zerstören des letzten Rehoboam Outposts sozusagen schon drauf geht. Aber das war dann nicht ganz so, er war nur verletzt und dann hat ihn Maeve ins Krankenhaus gebracht, um ihn dann erstmal zu verlassen, als sie erkennt, dass er einfach jetzt, sie hat ihn losgelassen sozusagen. Sie hat dann gesehen, er hat jetzt eine Familie, die ihn liebt und ein Kind und so weiter und dann hat sie ihn sozusagen freigegeben. Nicht ohne natürlich vorher noch komplett Chicago World in Trümmern zu legen, zumindest was den hinteren Teil angeht. Ja, ich finde es ganz lustig, dass uns Westworld scheinbar in dieser Staffel viel gibt, was man so spekuliert. Also letztendlich haben ja viele gedacht, Caleb ist vielleicht schon jetzt ein Host und es ist ein Ja und es gibt ein Nein. Also es gibt ganz klar in der Vergangenheit, die ihm gezeigt wird, ist es ein Nein, weil da ist er ein Mensch. Aber während dieser Folge Generation Lost bekommen wir mit, dass er eine Version von ihm, eine Kopie von ihm, diese Erinnerung nochmal durchlebt. Also er erlebt die Erinnerung seines echten Selbst als Host. Also ist die Theorie, dass er ein Host ist, einerseits falsch und andererseits wahr. Also Westworld will einem alles geben, diese Staffel. Ja und das ist ja dann auch was, womit es mit ihm weitergeht, das heißt du hast vollkommen recht, also am Ende der vierten Folge kommt ja dann der Reveal, dass er sozusagen in einem Fidelity Test ist und er kann aber dann flüchten, wobei es ist eher so eine inszenierte Flucht und landet dann in, naja jetzt erstmal in dem New York, das wir auch von Christina her kennen. Mal so unbestimmt, ja und er erkennt dann, dass die Personen dort, nennen wir es in dem Moment erstmal Personen, alle auf Charlotte Hales Befehl hören und wir sehen am Ende diesen schon öfter angedeuteten Tower, der mit dem tiefen, sonoren Bass, ja Bass, Bass, wir brauchen Bass, der also da alle Personen darin steuert, wahrscheinlich kontrollierte Menschen und da war ja schon ehrlich gesagt die vierte Folge so what und Gott sei Dank habe ich die eine Woche ausgesetzt, deswegen konnte ich die fünfte gleich hinterher schieben. Ja, es ist in der Tat, also Wikipedia sagt uns, ich habe es nicht mehr im Kopf gehabt, 23 Jahre nach seinem Tod ist das Ganze und er ist die 279, genau, 279ste Version von sich, also er, sein, seine, sein Ich durchlebt eigentlich 279 Mal diesen Fidelity Test und 279 Mal die Hölle, also 279 Mal ist es so, als würde man Planet der Affen wieder neu sehen, uns zu vergessen. Ja und das erfahren wir aber dann dummerweise nicht in der fünften Folge, da kommt der nämlich gar nicht vor, sondern ich musste dann echt noch bis zur sechsten Folge warten, deswegen hüpfen wir jetzt gleich mal, weil wir dann bei der Caleb Storyline sozusagen bleiben, in die sechste Folge rein und da geht es dann nämlich weiter und dann erfahren wir im Grunde genommen die volle schockierende Wahrheit, also nicht nur, dass wir dann auch inzwischen wissen, dass New York, wenn überhaupt ein Freizeitpark für Hosts ist, da können wir gleich noch drauf eingehen, nein, wir erfahren auch, wie du gerade eben schon gesagt hast, dass es inzwischen so 279 Versionen von Caleb gibt und die alle aber Teil eines Spiels für Holoris sozusagen sind, denn die möchte rauskriegen, was ihn so antreibt. Da müssen wir mal ein bisschen drüber sprechen, weil ich verstehe so Holoris langsam nicht mehr so ganz, um ehrlich zu sein. Also sie möchte, also sie möchte mehreres von ihm wissen, einerseits möchte sie den großen Reveal von ihm wissen, wo seine Tochter ist, also dass er irgendwelche Hinweise darauf gibt, wo seine Tochter ist, aber andererseits hat er ja nun die besondere Position, dass er in vieler Art und Weise immer dieser Outlier ist, also dass er aus Systemen rausbrechen kann und sie möchte verstehen, wie das funktioniert und wie sie quasi die perfekte Welt schaffen kann, indem sie jede Art von Freiheit quasi wegnimmt und das versucht sie anhand von ihm zu erfahren, was denn das Besondere an diesen Outlieren und an ihm ist, dass sie sich dieser Kontrolle durch sie ja entziehen können. Ja und da will sie dahinter steigen, aber sie will doch im Grunde genommen, ich meine am Ende des Tages ist mal wieder die Liebe anscheinend die Lösung für alles. Natürlich, natürlich, wie immer, natürlich, wie immer, auf so einer Metaebene, aber es ist ja, also der Caleb, den wir dann ja sehen, wir sehen ja eigentlich mehrere, wir sehen ja x Versionen von ihm und der neue wird schon gedruckt und, aber das ist der erste, der es schafft nach 23 Jahren, ich weiß gar nicht, wo du jetzt die Zahl her hast, ich habe die auch irgendwo gelesen, aber er sagt, glaube ich, I've lost a generation, ja, ich habe eine Generation übersprungen. Genau, also, deshalb, ich sage, Wikipedia sagt 23 Jahre später, dabei ist ja noch nicht mal klar, ob die Version, die wir dann in Folge 6 sehen, auch weiterhin diese 23 Jahre ist oder vielleicht noch später ist, ich vermute mal, es ist in diesen 23 Jahren drin, aber ja, ich meine, sie versucht halt, ihn zu verstehen, es ist ähnlich wie mit William, würde ich, würde ich mal so sagen, sie haben halt die ursprünglichen Westworlds, Delos hat versucht, William den Fidelity-Test zu unterziehen, dass sie versuchen, einen perfekten Host zu schaffen Und das möchte Charlotte Hale jetzt auch machen, nur in einer anderen Art und Weise, dass er nicht die Freiheit genießt, sondern, dass sie die perfekte Kontrolle über mehr oder weniger alle hat und das dafür einsetzt und dafür nutzt. Und ich musste die ganze Zeit an diesen einen, wie heißt nochmal dieser Zauberer-Film, nicht mit Hugh Jackman, wo die ganzen Kopien drin sind? Ja, genau, 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 mit Christian Bale auch noch. Ja, genau. The Mystery. Da muss man jetzt, The Prestige. The Prestige, genau. The Prestige, ja, wo ja, ich meine, wir spoilern hier in diesem Podcast. Ein Film von 2006. Genau, von 2006. Guckt ihn euch an. Wo ja auch der Twist dann am Ende ist, dass er nicht wirklich einen Zaubertrick durchgeführt hat, sondern immer nur Kopien von sich tötet, so ungefähr. Und ich musste die ganze Zeit an einerseits das Prestige denken, andererseits so ein bisschen auch an diese typischen Videospielfolgen. Es gibt von Stargate diese Videospielfolge, wo T-Alg immer wieder, ich meine, T-Alg immer wieder aufs Neue stirbt in dieser Simulation und durchkommen muss und immer weiter und immer weiter die Lösung findet. Das ist ja so ein typisches Klischee, was in verschiedenen Arten von Science-Fiction-Episoden immer wieder neu verwendet wird. Aber das hat mich so an diese Stargate-Episode unter Prestige erinnert, wie einfach die verschiedenen Versionen von Caleb auch dann akzeptiert haben, dass sie der nächsten Version von sich die Chance geben müssen. Allein, als er da durch diesen Luftschacht nach unten, Lüftungsschacht nach unten schaut, wo schon zwei unten sind, die das ausprobiert haben, wo der Dritte ganz klar war, nee, das klappt nicht. Nur ich kann der quasi Luftsack für ihn sein, der seinen Fall abstürzt, seinen Fall abbremst. Ich hab abbremst, genau, danke für Wortfindungsstörungen. Es ist warm, es sind über 30 Grad. Ja, es ist warm, es sind über 30 Grad, genau. Und ich find das einfach beeindruckend, wie diese drei Folgen, also Generation, Loss, Chuang-Chi und Fidelity, wie einfach, das ist für mich so ein Ding, wo die aufgedreht haben und total in Konzepte reingegangen sind, die ich liebe in Science-Fiction. Die haben einfach Fragen gestellt und wie kann etwas sein, dass, wie erlebt man Erinnerungen von sich als Roboter und wie kann man sein Selbst wiederfinden und sich selbst in Kopie, das ist ja auch so ein bisschen das Star Trek Problem eigentlich in dem Sinne, wenn man einen Transporter einsetzt, dass man eigentlich nur sich selbst zerstört und eine Kopie von einem weiterlebt. Und wie fühlt sich das an, wenn diese Kopien alle noch da sind? Also was ist Identität am Ende? Was ist Identität und was macht ein Ich aus? Und hat jeder Caleb jetzt hier hinter irgendwie eine Seele oder ein Bewusstsein gehabt oder ist er doch nur eine programmierte Version seiner Erinnerung? Ist denn dieser Caleb wie der Delos ein weiterer Versuch, einen echten menschlichen Geist in einen Host zu übertragen? Nein, das ja nicht. Also scheinbar hat es in irgendeiner Art und Weise ja funktioniert. Ja, aber anscheinend ja nicht dauerhaft, zumindest nach einer Weile dreht er ja auch durch und degeneriert. Genau, nach einer Weile dreht er auch durch. Aber Charlotte Hale will halt rausfinden, wie sie ihre eigenen selbst geschaffenen Hosts daran hindert, verrückt zu werden. Und wie sie quasi den perfekten Hosts selber schaffen kann. Und daran scheitert sie ja auch. Wie ich eben schon gesagt habe, bei William sind sie daran gescheitert, dass sie nicht irgendwie das selbst von William kopieren konnten. Und bei ihm ist es jetzt der gegensätzliche Versuch, dass man versucht, die Essenz rauszufinden und quasi sich umzuprogrammieren. Hm. Da müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, weil da bin ich mir irgendwie noch nicht so ganz sicher. Ich verstehe, ich habe ja gerade eben gesagt, ich verstehe Charlotte in einigen Punkten nicht mehr so ganz. Ja, ja. Der kam durchaus überraschend, muss ich ganz ehrlich sagen. Da hatte ich jetzt nicht mit gerechnet. Da war ich dann doch ein bisschen so, okay, krass. Das hat man nicht ganz verstanden, wer da jetzt eigentlich wen hier, wo, wie, was gerettet hat. Aber am Ende des Tages waren ja dann die Parallelen. Das war ja, also das war jetzt nicht nur irgendwo auf einer Meta-Ebe, das war ja in your face. Man hat es ja auch so inszeniert, dass also Caleb und Frankie, seine Tochter und halt Maeve und ihre Tochter, dass sie halt so ein bisschen den ähnlichen Story-Arc sozusagen durchleben. Was aber bei der Maeve-Geschichte einfach rauskommt, ist, dass sie oder sie mehr oder weniger dafür verantwortlich ist, dass Caleb wieder in den ganzen Scheiß mit reingezogen wurde. Ja, ganz genau. Sie hat ihn ja eigentlich, hatte ich ja gerade gesagt, im Krankenhaus noch so ein bisschen entlassen. Aber wir wissen ja immer noch nicht ganz genau, warum es auf einmal diese Mordanschläge auf seine Familie gab. Also da steckt halt Charlotte Hale dahinter, schon klar, ja, die seinen Bodyguard da ausgetauscht hat, genau. Aber die Frage ist ja immer noch, klar, du hast es eben gesagt, woher weiß sie denn, dass er der Besondere ist? Ja, sie, ich sag mal so, sie vermutet es. Und letztendlich sind das ja noch so ein paar lose Enden. Eben, genau. Es ist noch nicht, es ist noch alles ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen, deswegen, Maeve, ja, ich meine, sie ist jetzt wieder da. Ich denke mal, sie ist jetzt halt so ein bisschen der, im wahrsten Sinn des Wortes, so etwas der Schlüssel zu der ganzen Geschichte. Also wir haben jetzt dann so, ich kenne es mal am Ende, wenn Benar, Maeve und Caleb so wieder, ja. Aber lass uns da doch nochmal kurz drauf eingehen. Also letztendlich, Maeve kommt ja vor allen Dingen in dieser Staffel so ein bisschen als der unbarmherzige Soldat rüber, die sich zurückgezogen hat und jetzt auch wieder in den Krieg reingezogen wird. Aber sie ist ja selbst daran schuld, was in diesen Folgen rauskommt. Die haben ja durchaus ein friedliches Leben führen können, aber sie war dann mit ihrem eigenen Leben nicht zufrieden, weil sie sich dann noch einsam gefühlt hat. Und in Caleb so etwas wie einen, doch einen Weggefährten, ihren neuen Seelenverwandten gefunden hat. Und das führt dazu, dass sie nach einer gewissen Zeit, nach diesen sieben Jahren, die da vergangen sind, doch dann schauen wollte, wie geht's ihm. Und dadurch, dass sie die Verbindung mit dem Netzwerk aufnimmt, findet Charlotte Hale raus, wo die beiden sind und kann die entsprechend angreifen. Und dadurch wird die ganze Kette der Ereignisse jetzt hier ausgelöst. Sie geht am Ende drauf und sie ist aber dann auch der Grund, warum es in der Zukunft weitergeht, weil, und dann gehen wir gleich irgendwann auf Frankie drauf, Weil sie ja dann als Erlöserin gesucht wird, nicht nur von Frankie, sondern auch scheinbar von Bernard, der in seiner Doctor Strange-Logik sie als Lösung mitbekommen hat. Und ja, gut, man kriegt von ihr an sich nicht viel in diesen drei Episoden mit, aber sie scheint dann doch irgendwie der Auslöser und der Schlüssel für vieles zu sein. Und vielleicht ist dann ja dadurch, dass sie in Caleb auch wieder so eine Art Seelenverwandten findet, dann auch das perfekte Paar gefunden, wenn die beiden in Hostform zusammenkommen. Wobei ich jetzt mal sagen muss, dass Fanny Newton und Aaron Paul meiner Meinung nach jetzt nicht unbedingt die beste Chemie haben. Ja, gut. Aber, oh Gott, da habe ich mir noch gar keine Gedanken drüber gemacht. Ich dachte mir, dadurch besteht aber auch gar kein Ansatz eines Will-Day-Won't-Day. Also, das finde ich eigentlich ganz angenehm. Doch, so ein bisschen schon, weil sie ja, wie gesagt, Aber die Vibes habe ich überhaupt nicht. Definitiv, weil sie ja eigentlich, soweit ich das in den Episoden verstanden habe, ja ihm sein Leben lassen will, weil er ein Mensch ist und sie für ewig lebt. Aber sie in ihm eigentlich, wie man in den Rückblenden sieht, schon nicht nur sowas wie ihr Begleittierchen sieht, wie in tierischem Begleiter, sondern eigentlich mehr von ihm will. Aber das nicht, das einfach nicht funktioniert, aufgrund dessen, dass der eine Host und der andere Mensch ist. Also lässt sie ihn in Frieden, kann ihn aber nicht ganz in Frieden lassen und verdammt ihn da, ihren Weggefährten dadurch zum Tode. Und sie sieht ja in seiner Tochter offensichtlich auch Parallelen zu ihrer eigenen Tochter und wollte ihm das Leben ermöglichen, was sie dann am Ende nie haben konnte. Und das ist dann jetzt wieder eine Möglichkeit, die aufgemacht wird, dadurch, dass jetzt beide dann die Hosts sind. Gut, okay, dass er vielleicht am Ende dann mit ihr in den Sonnenuntergang reitet, weil seine Tochter und seine Frau halt echt sind. Okay, das könnte man ja, aber es liegt für mich jetzt nicht so auf der Hand. Also die Vibes hatte ich jetzt irgendwie so null. Wie du auch sagst, die würden für mich auch nicht so mega zusammenpassen. Ja, und deshalb meine ich auch, die als Team waren ein ganz interessantes Paar, was wir jetzt ausprobiert haben. Vor allem in dieser Staffel und so am Ende der letzten Staffel. Allerdings ist das so einer der Knackpunkte an der gesamten Serie, dass für mich Aaron Paul und Thandie Newton so wenig, die werden zusammengesetzt, aber die haben für mich sehr wenig Leinwandchemie. Das ist, also für mich hat Aaron Paul weiterhin die beste Leinwandchemie mit Bryan Cranston in Breaking Bad. Aber bei allen anderen habe ich dann gerade auch leider immer das Gefühl, dass er als Schauspieler an sich vielleicht nicht perfekt in diese Rolle passt. Also ich könnte mir andere durchaus besser vorstellen. Er ist so ein bisschen nicht gerade lustlos, aber ich vermisse bei ihm noch mehr das Herz, was der Charakter haben sollte. Das kommt für mich nicht am Ende so gut hier rüber. Ja, er guckt immer ein bisschen genervt, aber das ist glaube ich so by purpose. Das soll glaube ich so sein. Das weiß ich nicht genau. Nun gut, am Ende wird Maeve ausgegraben und repariert und dann wacht sie auf und rettet Bernard. Ja, war es jetzt ein bisschen einfach gegen die Reparatur, aber okay. Frankie. Ja, war es jetzt ein bisschen einfach gegen die Reparatur, aber okay, gut. Gehen wir zu Charlotte Holloris Hale. Ich habe nicht ganz, also ja, du hast ein paar Sachen schon gesagt, sie hat ein Problem damit, dass ihre Hosts sich umbringen wollen und so weiter. Aber was ich nicht verstehe ist, und das wäre für mich eher so eine andere Motivation, weil sie, Caleb scheint ja jedes Mal, wenn er aufwacht, als in seinem Fidelity-Test jetzt nach seiner Tochter zu fragen. Das scheint ja immer die erste Frage zu sein. Sie ist ja schon richtig genervt, ja. Warum macht sie das denn nicht, also warum baut sie sich denn nicht ihre Familie wieder nach, weil sie behält sich ja extra ihre Brandnarben als Erinnerung daran, aber sie hat überhaupt keine Beschreibung, sich ihre Familie wiederzuholen und sei es nur künstlich. Ja, also bevor wir da tiefer einsteigen, muss ich erst mal sagen, ich hatte es ja schon in unserem Tor-Podcast so ein bisschen angedeutet und da hast du mich nicht aussprechen lassen, weil wir das hier aufheben. Tessa Thompson ist so dermaßen gut als Charlotte Hale slash Holoris. Das ist, jedes Mal, wenn die in diesen drei Folgen aufgetaucht ist, ist einem wirklich der kalte Schauer über den Rücken gelaufen. Allein dieses Bild, wie sie in Shuang-Chi in der zweiten Episode da sitzt, die Menschen kontrolliert, sich einen Stuhl aus Menschen formt, ist einfach so abgrundtief böse und kalt und trotzdem versprüht sie eine gelangweilte Leidenschaft in diesem ganzen Ding, dass ich jedes Mal einfach nur sagen muss, wow, ein ganz großes Schauspielkino. Ich sag mal, am Ende des Tages spielt sie ja, und dann haben wir nochmal so eine Parallele zu Thor, ja halt auch nur einen gelangweilten Gott. Ja, genau, sie ist eigentlich nicht mehr als ein Gott. Für Dolores hat sie für sich immer vereinbart, erstens, dass sie mehr sein möchte, dass sie nicht nur ein Host sein will, aber sie möchte auch nicht nur ein Mensch sein, sie möchte das quasi das perfekte Wesen sein und das, sie hat ihr Ziel fast erreicht. Sie hat die Menschheit unterjocht, also ihre Sklavenhalter hat sie quasi in die Position der Sklaven reingetrieben. Dann, und das ist ja auch noch die große Frage, hat sie sich scheinbar noch entweder eine andere Welt geschaffen oder eine Kopie vom Sublime in der Richtung. Sie ist ja ganz offensichtlich in diesen Folgen nicht glücklich in der Menschenwelt unterwegs zu sein, sondern möchte, dass so eine Art Aufstieg für alle stattfindet. Und ihr ist das wohl schon gelungen, sei es in einen digitalen Himmel rein. Und das versucht sie jetzt ihren anderen Hosts zu geben, aber scheinbar haben die anderen Hosts alle nicht das Bedürfnis, sich in diese Richtung weiterzuentwickeln oder sind einfach zu menschlich, so dass sie in diesen Folgen einfach immer wütender wird und versucht herauszufinden, was ist denn jetzt der Tropfen, der immer das Fass zum Überlaufen bringt? Wie kann ich einfach einen Deckel draufpacken, sodass meine perfekte Maschinenwelt entsteht, die sie einfach nicht hinbekommt? Und sie ist also, sie ist bei diesen 99 Prozent, aber diese 1 Prozent kriegt sie nicht hin und das frustriert sie unglaublich. Ich will dann aber trotzdem noch von dir eine Frage, die Frage beantwortet haben. Warum hat sie da, glaubst du, keinerlei, also es wäre doch ein toller Handsporn. Sie ist halt eh gelangweilt, hier stehen alle Möglichkeiten offen, die Welt steht hier offen. Und sie scheint ja offensichtlich damit irgendwie einen Struggle zu haben, aber sie scheint keine, ist sie einfach nur neidisch auf Caleb, will sie deswegen leiden lassen? Nein, sie will ihn einerseits leiden lassen, weil er einfach ein Mensch vorher war und sie einen ihrer Unterdrücker damit leiden lässt. Und sie versucht halt weiterhin aus ihm die Antwort zu bekommen, was in ihrer eigenen Erschaffung ihrer Rasse schief geht, sodass die anderen sich ausgelöst durch menschliche Outlier doch immer selbst töten. Naja, ein bisschen eine Aufgabe hat sie ja dann schon, denn sie interagiert ja ganz kräftig mit zwei Personen, also einmal William, Host William und auch mit Christina. Ja, und bei der Christina, um zu der jetzt mal zu hüpfen, da hatten wir ja schon gesagt, wir müssen mal gucken, an welcher Zeitebene ist die eigentlich so unterwegs. Ist natürlich jetzt auch, jetzt kriegt das das Bild, dass wir immer, wenn Christina zum ersten Mal einer Folge auftaucht, wacht sie immer auf. Das für eine Doppeldeutigkeit. Und dann machen natürlich jetzt so alle Dinge irgendwie so ein bisschen Sinn, die wir vorher so gesehen haben, dass mit diesem Typen, der sich umbringt, Teddy ist wieder da, wir können auch gleich noch über Teddy reden. Aber um kurz noch den Bogen von Maith, äh, von Holoris zu Christina zu spannen, kann es vielleicht sein, dass Holoris ganz genau weiß, dass in der Chrissy ja noch Teile von ihr sind, weil sie ja vielleicht aus, weil sie hat ja eine ähnliche Gabe, ähm, ich versuch's grad mal, also, die Christina schreibt ja die Storylines. Die Loops für die Infizierten Menschen, so. Und wie man auf diesem, ähm, auf dieser Übersichtskarte sieht, anscheinend für alle, so, zumindest für sehr viele. Zumindest in diesem Cluster, der New York ist. Genau, zumindest in diesem Cluster, genau. Vielleicht gibt's ja auch den Rest gar nicht mehr, wer weiß, so. Na, und wir lernen kennen, dass also Christine Charlotte ja kennt, als Freundin. Ja. Ich habe so ein bisschen die Theorie, dass sie halt sie regelmäßig bei diesen Mittagessen kontrolliert, wie die so drauf ist. Und sobald sie sich, und das ist jetzt so meine Karateorie, sobald sie sich an den Namen der Hauptperson erinnern kann, über die sie dauernd eine Geschichte schreiben will, wo sie immer anfängt. Und immer sagt, es ist die Tochter von einem, es ist die Tochter von einem. Und immer wenn einer fragt, wie heißt die, ah ja, ich muss mir das nochmal alles überlegen. Ich glaube, dass der Trigger ist, dass, dass die sehr wohl weiß, dass die auf so, dass die Charlotte sehr wohl weiß, dass sie so on the edge ist, so. Ja. Vielleicht braucht sie sie auch so halb wach. Aber wenn sie total sich ihrer nicht bewusst wäre, dann könnte sie vielleicht dieses Loops nicht schreiben, keine Ahnung. Und das ist, da habe ich so, ja, bestimmt, sobald der Name, also Christina wird erwacht sein, sobald sie einen Namen für diese Figur hat. Und da werde ich jetzt mal ein Zehner, die heißt dann Dolores, die Figur. Also die ganze Christina-Storyline ist ja quasi eins zu eins Matrix. Richtig. Nicht Matrix. Richtig, genau. Ja, das ist so dermaßen, sie ist, sie ist nicht wach, aber auch nicht ganz schlafend. Sie merkt, dass mit ihrer Welt irgendwie was nicht in Ordnung ist. Und dann wird sie von den Rebellen kontaktiert, um, ja, wir wissen noch nicht, was zu machen. Und wir wissen eigentlich auch noch nicht, wem Teddy angehört. Aber letztendlich zeigt ihr Teddy, dass sie mehr oder weniger in einer Matrix lebt, die durch andere kontrolliert sind. Und diese anderen sind quasi sie. Und sie muss sich dann, muss dann flüchten vor den Maschinen oder die Maschinen dann halb kontrollieren. Also einerseits ist es die Story von Neo, wie er noch in der Matrix steckt. Andererseits ist es so, als hätte Neo schon die Kräfte, die er am Ende der, zumindest des ersten Films hätte, schon zwischendrin unbewusst, also noch mehr als Neo es jetzt in der Matrix hat. Und ich bin echt gespannt, auf was das dann am Ende hinausläuft. Weil mir ist der Zweck für Christina immer noch, auch immer noch nicht so bewusst. Sie sitzt da und scheinbar wurde sie von Charlotte als Kopie von Dolores aufgebaut, um die Geschichten in diesem Experimentierwerk, das sich New York nennt, zu schreiben. Es ist auch eine große Frage, gibt es nur noch New York? Ist das der Rest der Menschheit wirklich nur eine Wüste, wie wir es bei anderen sehen? Aber dann gibt es ja auch, kann ja nicht sein, weil es ja auch dieses Diner gab, wo Bernard dann unterwegs war. Wir wissen ja überhaupt noch gar nicht, was mit dem Rest der Menschheit los ist. Aber scheinbar ist New York ein großer Experimentierkasten, mit dem Charlotte Hale irgendwas erreichen will, ob sie damit die vollkommene Kontrolle erreichen will oder ihren Host die Chance geben will, die menschliche Welt zu erfahren, um dann aufzusteigen. Aber was ist dann weiterhin der Zweck? Was ist der Zweck von Christina und was ist das Endgame von Christina? Christina, Teddy scheint die Kopie von Teddy, ob es dann Teddy ist, der wieder zurück ist, aus uns zu bleiben, in irgendeiner Art und Weise, will sie ja dazu bringen, aufzuwachen und zu verstehen, dass sie vielleicht noch ein Fragment der Originalen Dolores ist. Ich könnte mir noch einen Twist am Ende vorstellen, dass Teddy einfach wieder eine Beauftragung von Charlotte Hale ist. Ja, zum einen das, wie du sagst, es ist noch, ich hatte mir in meinen Notizen stehen, schön, dass wir bisher nicht den, also sagen wir es mal so, ich fand es eigentlich bisher ganz charmant, dass wir diese Übernahme der Menschheit ehrlich gesagt so nach der dritten Folge gar nicht mehr sehen. Also, dass das jetzt nicht in allen so einen Terminator-mäßigen Krieg da ausartet, weißt du, sondern ich finde es eigentlich ganz schön, dass wir das Endergebnis sehen, zumindest das vermeintliche Endergebnis. Wir hatten ja anfangs schon darüber gesprochen, dass wir noch gar nicht sicher sind, ob Christina nicht in zwei Zeitlinien vielleicht aktuell so ein bisschen für uns rumhüpft. Ja, so einmal im Endergebnis oder im Fast-Endergebnis und dann in der Zukunft und einmal in der Gegenwart, das ist ja auch nochmal so ein bisschen offen. Und ja, was Teddy da soll, da bin ich mal gespannt, ob er das ist, also seine Storyline war ja fast schon ein bisschen ähnlich, so der nachdenklich und dann fällt dir ja was runter. Und ich meine, alle sind ja in Loops gefangen, auch die Hosts sind ja in Loops gefangen, auch Charlotte ist ja in Loops gefangen. Ihr Loop ist halt zum 280. Mal mit Caleb zu reden. Das ist am Ende des Tages auch nichts anderes als Loop. Und da bin ich wirklich mal gespannt, wie das alles weitergeht. Eine Theorie von mir geht so ein bisschen in die Richtung, hatte ich ja eben schon gesagt, dass die ganze Christina-Sache noch weiter in der Zukunft ist. Also mein Tipp ist so ein bisschen, das geht, der Plan von Bernard umspannt nicht nur, dass er jetzt innerhalb von zwei Monaten die Welt befreit, sondern dass es noch mehr in Doctor Strange in die Richtung hingeht, dass er gewisse Aktionen durchführt, die dazu führen, dass Christina als Version erschaffen wird und die Welt, in der Christina lebt, ist für mich noch weiter in der Zukunft, wo einfach Charlotte Hale wirklich gewonnen hat, alle Menschen assimiliert worden sind und sie dann der Auslöser dafür ist, dass das ganze System wieder zusammenbricht. Also sie ist die Befreierin, quasi Neo, die alle wieder, ja, die alle befreit und die das ganze System zum Kollabieren bringt. Und das ist, das glaube ich, ist der Twist am Ende, dass wir jetzt am Ende, dass vielleicht Caleb und Maeve zusammen draufgehen als Hosts, um die Bedingungen zu schaffen, dass eine Christina da ist, die dann die Welt rettet. Ja, es zahlt ein bisschen auf eine andere Notiz ein, die ich mir gemacht habe, nämlich, dass Christina im Grunde genommen sowas wie das Spiegelbild zu Arnold ist. Denn auch der Arnold hat ja den Hosts, sag ich mal, das Bewusstsein einprogrammiert oder zumindest die Möglichkeit da drauf, einen Schritt weiter zu gehen. Und da ist dann eben vielleicht auch sie mit ihrer Storyline-Schreiberei halt auch sozusagen diejenige, die halt den Hosts absichtlich, unabsichtlich, vielleicht durch Bernards zutun, sozusagen diesen Bewusstseins-Virus dann weitergibt. Wobei, der ist ja auch wieder komisch, denn der tritt ja erst auf, wenn die Hosts mit erwachten Menschen sozusagen, mit Outliners zusammenstehen. Und was ist überhaupt dieser Übergang, diese Transcendence auf Englisch, wo dieser eine Host, Nope, sich umbringt? Ich dachte ja erst, mein erster Impuls war, ah, vielleicht sind das alles nur Tests, damit Menschen in die Hosts rein können, damit sie endlich das hinkriegen. Ja, dass, dass die, vielleicht ist es ja doch nur ein großer, weil sie will ja auch, wir haben ja, was wir völlig aus den Augen verloren haben, ist, die Charlotte will ja auch an die Daten ran, die gespeichert sind im, in dem Stausee, in dem, in dem Hoover-Damm, wozu ja Arnold Bernard das Passwort hat. Warum will sie da hin? Und ich habe immer noch dieses Mind, also, dass der menschliche Geist in einen Host übertragen wird im Kopf. Und dann erzählt dieser eine Host eben, sie will den Übergang da machen. Ja, und dann ist halt die Frage. Ich glaube, ich glaube, Charlotte Hale hat das schon geschafft. Geht es in das Valley Beyond? Und wenn es Valley Beyond ist, ja, dann ladst du doch einfach hoch. Also, ich habe, ich habe viele Fragen. Ja, ich glaube, in der Zeitlinie von Christina hat Charlotte Hale das alles schon geschafft und ihre perfekte Welt geschaffen. Dass sie den Punkt gefunden hat, wie sie ihre Hosts kontrollieren kann, dass die einfach nur sich weiterentwickeln und ihre menschlichen Eigenschaften ablegen. Also quasi komplett. Was sie aber halt dummerweise nicht tun. Sie werden immer menschlich. Genau, das ist so ein bisschen das Problem. Und ich glaube, am Ende der Zeitlinie von Bernard schafft es Hale, das Ganze auszumerzen, sodass am Ende wirklich die Welt am Abgrund steht und die Maschinen alles beherrschen. Und Christina ist so der Auslöser, um das Ganze zu retten. Und in dem Moment ist es ja, die Menschen, die sind komplett versklavt. Die sind nichts anderes mehr als, vielleicht ist es so, New York ist wirklich nur der Übungskasten, in dem sich neu geschaffene Hosts, das Tutorial, in dem sich neu geschaffene Hosts austoben können. Bis sie merken, ja, das ist ja eigentlich nicht, was ich möchte, sondern ich möchte mehr sein. Und dadurch steigen die dann auf in dieses Sublime und dürfen dann in der digitalen Welt leben, um nach dem Ideal von Holoris zu leben. Und Christina wirft in das Ganze, bringt das Fass dann wieder zum Überlaufen, dass das kippt für alle. Oder so. Also es ist ja wirklich, der Punkt ist, jetzt wird es bestimmt da draußen jemanden geben, entweder schreibt das uns oder er denkt es sich, ne, guck mal, wenn sie bei Discovery Matrix nachmachen oder einen anderen Film, dann sind die nur am Meckern. Und hier, da machen die nur Matrix nach und da sagen sie nix. Michael, wo ist bitteschön der dramatische Unterschied zu Discovery? Dass das so dermaßen gut geschrieben und gespielt ist und dass man es nicht, ja, dass man es eher unterschwellig Matrix hat. Man nimmt sein eigenes Setting, was man vorher aufgebaut ist und spielt mit sehr vielen philosophischen Fragen hier auf sehr, sehr hohem Niveau rum. Die Leute, die im Writers Room dahinter stehen, ist so ein bisschen, als ob bei Discovery die Asylum hinter ist und hier eher so ein Nolan, Christopher Nolan. Das andere ist die Asylum und das ist Christopher Nolan. Passt, weil die Frau von Christopher Nolan das Ganze ja macht. Ich hab gerade den Mund voll, ich musste was essen. Ja, ich merk's. Alles gut, lecker Käsekohl. Oder die Schwester von Christopher Nolan, ich bin mir gerade nicht mehr sicher. Ja. Ach nee, der, 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 der Bruder. Der Bruder. Ich hab keine Ahnung, ich weiß nicht. Ist irgendein Nolan dabei? Genau. Und der Punkt ist halt eben, dass hier Dinge einen Pay-off haben. Zumindest fällt mir jetzt kein Major-Plot-Point ein, der einfach irgendwann unterwegs fallen gelassen wurde. Also in der dritten Staffel sicherlich. Deswegen hat uns, und hört euch die dritte Staffel, unsere Besprechung da dran. Dünne Story, schlechtes Skript. Und da haben wir uns über diese ganzen, was wir hier jetzt vielleicht als Hommage sehen, oder auch so unterschwerlich, haben wir uns auch drüber aufgeregt. Warum? Weil der Rest halt auch einfach scheiße war. Und dann fällt dir da sauer auf. Aber wenn es sich in ein Gesamtgefüge einfällt. Hier ist es einfach durchgedacht. Genau, richtig. Hier ist es durchgedacht. Ja. Exakt. Ja. Genau. Hier ist es logisch. Hier, hier sind auch die Figuren so geschrieben, dass sie im Rahmen ihrer Motivation oder ihres Charakters logisch handeln. Das ist halt bei sowas wie Discovery nicht. Da ist Michael in einer Folge der Erlöser und in anderen Folgen der Bösewicht. Ähm, das ist halt komplett inkonsistent. Und hier, äh, inkonsistent, was die da bei Discovery liefern. Und hier wird ein Gedanke durchgespielt. Ich meine, wir haben uns ja auch über die dritte Staffel beschwert, dass die auch nur so halb gar war. Auf sehr hohem Niveau. Aber hier haben sie einfach wieder ihren, ihren Halt gefunden. Und auch wenn es in vielen Teilen jetzt genau die umgedrehte Version von der Staffel 1 ist, sind die, sind die Fragen und die Aspekte, die hierbei aufgeworfen werden und die Welten, die geschaffen werden, einfach tausendmal faszinierender in der Art und Weise, wie sie in dieser Qualität umgesetzt worden sind. Ich meine, ich gehe wieder auf die Folge Shuang-Chi, die bisher meine liebste Folge in dieser Staffel ist, in der einfach dieses Experiment der Menschheit, äh, an der Menschheit, die Maschinen haben alles übernommen, so dermaßen krass durchgespielt wird. Wir haben verloren, die, wir werden von, äh, von rachsüchtigen Göttern, äh, beherrscht und haben keine einzige Chance, da rauszukommen. Das ist einfach, äh, ein krasses Szenario, was da aufgebaut wird. Und, weißt du auch, und das ist auch so ein Punkt, mit ganz einfachen Mitteln. Da brauche ich kein Alien-Tentakel-Monster, das aus einer Riesen-Vulva durch den Raum rauskommt oder sowas, ja. Äh, sondern wir lassen einfach jemanden sich im wahrsten Sinne des Wortes die Finger blutig spielen. Ho, dieses, da muss ich auch wieder an Bad Taste an das Ohr denken, äh, was da in die Suppe fällt. War das Bad Taste? Ja, war Bad Taste, ja. Ja, das war, das allein, das hat einem am Anfang Gänsehaut gemacht, wie dieses, diese kalte Art von weiterhin Tessa Thompson als Charlotte Hale. Ich finde es einfach absolut phänomenal, was sie da abliefert. Absolut. So, und das zusammen schafft dann eben Atmosphäre. Und natürlich sind, wenn alle infizierten Menschen auf einmal stehen bleiben und plötzlich zu Agent Smith werden, natürlich ist das ganz eindeutig, woher die Nummer kommt, ja, da brauchen wir jetzt nicht drüber reden. Ja. Aber dadurch, dass der Rest halt eben stimmt und dann weiß man eben, ah, die kennen, ah, ihren Sci-Fi und B, sie zitieren ihn an Stellen, an denen es halt auch Sinn macht. Und natürlich, wenn du dir über solche, wenn du dir einen Plot ausdenkst, der halt eben die Themen behandelt, die Westworld aktuell behandelt, dann ist halt der Schritt zur Matrix-Idee nicht weit. Und ich wette, wenn wir jetzt noch ganz, ganz viele Sci-Fi-Romane der 50er, 60er gelesen hätten, die Matrix-Idee ist auch nicht neu. Ja, klar. Und die ist auch schon mehrfach durchgenudelt, höchstwahrscheinlich. Ich kenne da nur jetzt halt auch nicht jedes Buch oder jeden Film darüber. Genau. Aber lass uns dann passend von der Matrix in ein anderes Franchise wechseln und nochmal zu Doctor Strange drüber hüpfen. Jetzt direkt? Ah, zu Pernar. Ja, der hat ja jetzt auch nicht so mega viel zu tun gehabt. Und ich gucke es ja auf Deutsch, ich bin ja faul. Ich mag seine deutsche Synchronstimme, die ist sehr weich und sehr angenehm. Ich weiß gar nicht, ob das so die Standard-Synchronstimme von Jeffrey Wright ist, aber hier setzt er auf jeden Fall nochmal einen Ticken sanfter an. Der hat sowas Gutväterliches. Also wenn das am Ende der Evil-Mind wäre, das hinter allem steht, hätten sie mich wirklich erfolgreich in eine Falle gelungen. Auch durch sein Schauspiel. Also ich erwarte ja am Ende des Ganzen hoffentlich nochmal Anthony Hopkins, der als Arnold auftritt und dann, ne, er war ja nicht Arnold, er war Ford, der als Ford auftritt und sagt, ja, mein göttlicher Masterplan ist in Erfüllung. Irgendwie sowas, das kann natürlich auch kommen. Ja, Bernhard hat gar nicht so viel, also, sagen wir es mal so, dass Bernhard dann auf einmal, was war denn das für eine komische, das war einfach nur ein Riesengebläse, das zufälligerweise in der Wüste rumstand, mit dem man dann einfach den Sand weggepustet hat, ne? Eine Sci-Fi-Gebläse, okay, stand halt zufälligerweise rum. Ich spiele ja gerade Kirby in the Forgotten Land. Der hat ja auch so ein Ding, was der einsaugen kann und wie ein großer Blasebalk alles wegbläst. Da ist er auch in einem Level in der Wüste, wo der so kleine Hügel immer frei bläst, wo ich dann direkt wieder an Westworld denken müsste. Ja, im Moment ein bisschen nicht so viel hergegeben, Bernhard und Stubbs. Aber der Widerstand, der gibt natürlich ein bisschen was her. Was jetzt eher so für jeden ersichtlich war, da war da natürlich dann, dass Frankie halt Calebs Tochter ist. Das war ja, also wer das bei den Schnitten nicht gemerkt hat, das war ja dann doch eher ungewöhnlich offensichtlich. Diese zwei Schnitte, das ist völlig klar. Aber ich bin sehr spät draufgekommen, dass es war. Ehrlich? Okay. Ich bin irgendwie sehr spät draufgekommen. Ab gewissem Punkt natürlich habe ich es dann erkannt, als sie es dann ganz offensichtlich gemacht haben. Aber vorher bin ich nicht draufgekommen, als die es noch sehr subtil gemacht haben, als sie das erste Mal aufgetaucht sind und Bernhard mit ihr so ein bisschen da durch die Gegend reist und man noch nicht wusste, wo das ist. Klar, später war das deutlich. Aber ich fand hier einen schönen Twist, der das Ganze nochmal auf eine weitere Ebene bringt und uns zeigt, wie viele Zeitlinien haben wir hier eigentlich noch in dieser Serie. Absolut, ja. Und jetzt haben wir ja nicht nur verschiedene Zeitlinien und wir haben plötzlich da noch einen Widerstand, sondern wir haben jetzt auch noch einen Maulwurf innerhalb des Widerstands, nämlich diesen Jay. Das heißt also, dieser Widerstand ist auch schon unterwandert und bekannt, weil das haben wir ja dann in diesem einen kurzen Flashback gesehen, dass der also ausgetauscht wurde. Das heißt also, die Charlotte respektive William oder beide, ösen, dass es die auch gibt. Natürlich wissen sie es, weil sie wahrscheinlich auf ihrem Outlierradar die ganze Zeit auftauchen. Ja, sie scheinen aber weiterhin nicht so die ganze Welt unter Kontrolle zu haben, weil ja offensichtlich einige Menschen doch agieren können, ohne dass sie sie findet. Also, dass die jetzt einen Maulwurf da in die Gruppe eingeschleust haben, das war ja dann auch mehr Glück. Hätte ja auch schief gehen können, dass die Menschen wieder so rausgekommen sind. Aber scheinbar sind die der so ein Dorn im Auge, dass sie jetzt so langsam versucht, mehr gegen den Widerstand zu machen. Anscheinend ist das so. Und deswegen hat sie auch einen Henchman, nämlich William. Und der wird so, ich sag mal, der wird bestimmt so der Beißer wie in dem Bond-Film. Der ist jetzt erst mal der Böse und dann ist er halt jetzt infiziert, versucht sich noch lange dagegen zu wehren. Aber am Ende erschießt er dann Charlotte Hale von hinten. Ich glaube ja, dass am Ende der Serie als einziger Mensch nur noch William überbleibt. Also, der Original-William, der die ganze Zeit gefangen ist. Genau, und der bleibt im Keller und kommt nicht raus. Wir haben ja ganz vergessen, dass wir ja noch diese After-Credits-Szene oder diese letzte Szene aus der letzten Staffel haben, wo William in den Ruinen der alten Welt aufwacht, so ungefähr. Ja, da wussten wir ja auch nicht, ob er jetzt ein Host ist oder nicht. Ich glaube immer mehr, dass es die menschliche Version von William ist, die als letzter Mensch auf der Erde nach der Apokalypse überbleibt. Und er ist dann dazu verdammt, auf ewig in dem Ding eingesperrt zu bleiben. Er war einer der ersten Besucher in Westworld und ist der Letzte, der seine Kreation noch überlebt hat. Ja, es bleibt spannend. Zwei Folgen haben wir noch, wenn ich mich recht entsinne. Sieben und acht. Und dann ist diese Staffel auch schon wieder gut, die mich unerwartet freudig zurücklässt. Jede Folge ist echt ein Fest. Muss man ganz ehrlich sagen, ich hätte nicht gedacht, dass ich war wirklich sehr, sehr skeptisch, als das losging. Okay, stimmt, das gibt es ja auch noch. Okay, jetzt müssen wir auch noch drüber reden. Aber nein, es macht wirklich richtig Spaß. Ich freue mich drauf. Siebte Folge ziehe ich mir jetzt sofort nach unserem Podcast rein, um zu gucken, wie weit wir richtig und wie weit wir völlig falsch lagen. Und nächste Woche dann die achte Folge. Dann werden wir auch diese zwei Folgen dann hoffentlich zeitnah besprechen. Ihr könnt aber, wenn ihr diese Folge gehört habt, auch nochmal natürlich weiter in unseren Feed gucken. Da gibt es ganz, ganz viel, wo wir noch sprechen. Ich mache vielleicht noch eine kleine Solo-Folge zu Nope. Da war ich letztens drin gewesen. War auch ganz interessant. Wir haben auch schon im Kasten die nächste Folge für Strange New Worlds. Wir haben im Kasten die nächste Folge unseres Herr der Ringe Setup. Das heißt, wir haben schon die Gefährten besprochen. Das kommt auch die Tage raus. Und es lohnt sich natürlich auch immer, uns auf Twitter zu folgen. Denn dort werden das Forever Nerd Girl und ich ja regelmäßig auch ein paar Spaces veranstalten. Mal schauen, wo wir die nächsten machen. Das ist aber immer eine spontane Sache. Und das kündigen wir nicht großartig vorher an. Das heißt, da uns auf Twitter zu folgen, macht auf jeden Fall Sinn. Dann verpasst ihr das nichts. Wir wollen natürlich, falls es da draußen noch jemanden gibt, der außer uns noch Westworld schaut, dann wollen wir natürlich euer Feedback haben. unter der 015 25 9 6 4 7 7 0 9 oder eine Info in der E-Mail an info at nerdizismus.de oder ihr kommt auf unseren Discord nerdizismus.de slash Discord und natürlich wie immer empfehlt uns weiter. Geht morgen ins Büro, in den Kindergarten, auf die Arbeit, in die Schule, in der Bahn. Sprecht euren Sitznachbar an, nehmt die Earbuds raus und sagt, hey, ich höre hier gerade einen coolen Podcast. Hören Sie mal rein. Das wäre doch mal eine schöne Sache. Und wir sind weiterhin so cool, dass wir die beste Abkühlung für diese heißen Tage sind. Absolut. Ich weiß zwar nicht wie, aber egal. Wir reden uns ja die Köpfe für euch heiß. So, in diesem Sinne. Also, wenn euch das heute gefallen hat, dann Däumelein nach oben. Empfehlt uns weiter. Lasst uns ein Like da und natürlich auch die entsprechenden Bewertungen bei iTunes, Podcast Addict und bei Spotify. So, in diesem Sinne. Dann hören wir uns in 14 Tagen, nein, Ende nächster Woche wahrscheinlich wieder, wenn wir also hier das Finale von Westworld besprechen. Aber zwischendrin kommen bestimmt auch noch mal ein oder zwei Folgen. Und dann möchte ich uns gerne noch mal in den Nachrichten machen. Bis dann. Tschüss. Ciao. Eine Produktion des Podcast Imperiums.